Herzlich Willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Wix. Sie gehört der Rolle der Magier an und man spielt sie in der Midlane. Ihre Schwierigkeit liegt im niedrigsten Bereich und sie ist Anfängerfreund. Den Schaden den sie verursacht ist magischer Schaden, der hauptsächlich durch ihre Fähigkeiten entsteht. Außerdem besitzt sie eine moderate Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten gegen Ende des Spiels ist. Das war es aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive, Verhängnis und Verderben. Wix wird regelmäßig verstärkt. Dadurch versetzt ihre nächste Grundfähigkeit Gegner einen Frucht und unterbricht deren Sprünge. Wenn ein Gegner in der Nähe einen Sprung einsetzt, wird er von Wix markiert. Der Verbrauch dieser Markierung verursacht zusätzlichen Schaden und verringert die Abklingzeit ihres verstärkten Zustands. Bei der Q feuert Wix ein schadenverursachendes Geschoss ab, das während des Fluges beschleunigt. Dadurch wird es schwieriger, ihre Fähigkeit auszuweichen. Kommen wir zur W. Du erhältst ein Schild und fügst nahen Gegnern Schaden zu. Die E Bedrohliche Finsternis beschwört einen Bereich, der Schaden verursacht, Gegner verlangsamt und diese mit Verderben markiert. Kommen wir zum Schluss zur Ultimate. Sie feuert ein Geschoss ab, das einen gegnerischen Champion markiert. Bei Reaktivierung springt Wix zu ihm und fügt ihm Schaden zu. Wenn der getroffene Gegner stirbt, kannst du die Ultimate eine gewisse Zeit lang nochmals benutzen. Danke, dass du unseren Mini-Guide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Mini-Guide Playlist rein, in der wir alle Champions einmal durchgemacht haben. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiteren Untertitel hast.